Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Heute ist Algorand dran, auch ein Coin, den ihr euch sehr sehr oft gewünscht habt und den es in den letzten Wochen hart erwischt hat. Also es ging immer immer tiefer, wir haben zwar Nachkaufzogen gehittet, trotzdem, also so richtig zufrieden war ich selber auch nicht mit dem Kursverlauf. Wenn wir uns das mal ganz kurz so übergeordnet angucken, es sieht schon ganz schön bearish aus, was das anbelangt. Aber jetzt haben wir möglicherweise die Chance, dass wirklich hier mal eine nachhaltige Trendwende kommt. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt angucken, wenn wir noch natürlich mal kurzfristig reingucken und wo ihr den Coin natürlich auch kaufen könnt. Ansonsten bevor wir starten, lasst dem Video wie immer schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich auch gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gibt es ein kleines Merch-Paket von BingX zu gewinnen, also meldet euch gerne dort an mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Und schickt mir dann eure UID, dann habt ihr die Chance hier bei dem Gewinnspiel mitzumachen und ihr könnt natürlich auch Algorand hier bei BingX kaufen. So, und damit würde ich selber sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Momentan traden wir bei knapp 0,11 US-Dollar Cent. Also bei 11 US-Dollar Cent, wir haben eine sehr, sehr schöne Erholung hier gesehen. Wenn wir mal ganz kurz auf die Tokenomics uns hier reinschauen, wir befinden uns derzeit bei CoinMarketCap auf Platz 50 mit einer MarketCap von 871 Millionen. Ist jetzt kein Low Cap mehr, aber darum geht es jetzt auch im Endeffekt nicht. Total Supply sind 8 Milliarden, mittlerweile im Umlauf 10 Milliarden ist die Maximum Supply und ihr könnt das Ding hier einfach überall kaufen. Aber, was ja wichtig ist, wir haben hier mittlerweile zwei Kaufzonen gehittet. Eine ist schon etwas länger her, das war diese fette grüne hier oben zwischen 0,17 und 0,15 und die zweite war jetzt erst vor kurzem hier unten bei knapp 10 US-Dollar Cent bis 9 US-Dollar Cent. Das heißt, unser Durchschnittsentry, wenn wir immer so von der Oberkante gehen, das heißt, wir hatten unseren ersten Kauf hier oben bei knapp 0,18 und dann bei 0,9, dann sind wir so bei 0,13,5 oder sowas. Irgendwo hier oben ist momentan unser Durchschnittsentry. Das heißt, wir sind hier momentan als einer der wenigen Altcoins mit dieser Position im Minus. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wichtig ist, wie ist der weitere Kursverlauf. Und da haben wir auf Daily-Sicht jetzt erst einmal hier das Golden Pocket, diese Abwärtsbewegung nach oben hin durchbrochen. Das ist gut, ist aber noch nicht alles und das ist jetzt genau das Problem. Viele sind jetzt natürlich durch diese kleine Altcoin-Season, wenn man es so nennen darf, relativ bullish auf viele, viele Altcoins, weil wir ja, oh, wir haben ja das letzte T4 jetzt erst einmal durchbrochen und bla 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 etc. pp. Man muss hier aber bei Algorand vorsichtig sein, denn das letzte Hoch hier für mich, was wichtig ist, ist hier oben die markische Marke von 12 US-Dollar Cent. Wir haben zwar diesen Downtrend durchbrochen, alles schön und gut, ist auch eine wunderbare Bewegung, dass wir das endlich mal geschafft haben. Aber technisch gesehen befinden wir uns hier weiterhin in einem Abwärtstrend. Dafür muss diese Box hier oben bei 0,12 auf jeden Fall nach oben hin durchbrochen werden, damit wir die Chance haben für eine nachhaltige Trendwende. Von mir aus können wir da noch nochmal runter. Wichtig ist aber, dass wir vorher eben ein höheres Hoch bilden, damit wir darauf folgend ein höheres Tief bilden können. Das heißt, für alle, die jetzt hier momentan einsteigen wollen, es hat sich an der Situation wenig geändert. Ob ihr jetzt hier unten einsteigt bei 0,10 oder hier bei jetzt bei 0,11 macht, längerfristig jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied. Für alle, die jetzt aber schon extrem hyped sind, da muss ich so einen kleinen Zwischenspieler hier einbauen, so weit ist es noch nicht. Wir befinden uns übergeordnet in einer großen Range auf Daily Sicht, hier eingezeichnet mit einem großen WIG, der mich extrem stört, bei 8 US-Dollar Cent. Und solange wir hier, wie gesagt, nicht dieses höhere Hoch rausnehmen, müssen wir damit rechnen, dass dieser WIG hier unten bei 0,8 nochmal angelaufen wird. Und das ist jetzt auch mal so auf Weitsicht, seht ihr auch so, es macht eigentlich gar keinen Sinn, noch weiter in die Vergangenheit zu gehen. Das geht auch erst einmal nicht. Wir haben hier schon das tiefste Tief. Also für alle, die jetzt hier einsteigen, die Chance auf fette Gewinne ist natürlich da. Ich habe es gestern bei Filecoin schon mal gezeigt. Allein, wenn wir jetzt nur mal vom Bullrun-High gehen, unser FIP-Level ziehen, dann wäre so mein technisches Preisziel zwischen, ich sage jetzt mal, 1,85 Dollar und 2 Dollar. Das ist das Golden Pocket, das wird gerne angelaufen, auch in einem Bullrun bei Altcoins, die nicht mehr ihr All-Time-High erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig, hier diesen Begriff zu verwenden. Und wenn wir uns dann mal den prozentualen Gewinn angucken, vom jetzigen Stand aus bis zum Golden Pocket wären wir schon bei 1.645 Prozent. Bis zum Zwischenhoch hier bei 3 Dollar wären es sogar 2.651. Also 16 bis 26X sind hier auf jeden Fall möglich, sollten wir hier wirklich mal aus unserem Tief wieder rauskommen. Und das ist, wie gesagt, jetzt momentan eben die entscheidende Phase. Schaffen wir es, dann bin ich erst einmal Bullish und wir können den nächsten Widerstand hier oben anlaufen bei knapp 15 US-Dollar Cent. Und dann erst einmal wieder eine neue Seitwärtsphase bilden. Die Bodenbildung hier meiner Meinung nach sehr, sehr risikobehaftet. Die Range eignet sich natürlich zum Akkumulieren. Aber wie gesagt, diese 8 US-Dollar Cent sind auf jeden Fall noch möglich. Und das würde nach jetzigem Stand nochmal ein Tief bedeuten von 25 Prozent. Also ein Dump nochmal von 25 Prozent. Das muss jedem auf jeden Fall klar sein, dass diese Kurse nochmal erreichbar sind oder wir sogar nochmal tiefer runterfallen. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt eben, tiefer kann ich euch keinen Support mehr anbieten zum Kaufen. Das heißt, wir haben hier damals die Kaufentscheidung aufgrund dieses Weeks getroffen. Jetzt haben wir einen neuen Week gebildet. Also es gilt hier wirklich vorsichtig zu sein. Wenn ihr jetzt akkumulieren wollt, würde ich so zwischen 25 Prozent ungefähr reingehen. Größere batzen dann hier nochmal bei 9, dann bei 8 und dann vielleicht nochmal 25 Prozent auf Seite, dass wir nochmal irgendwie tiefer gehen hier auf knapp 7 oder sogar 6 US-Dollar Cent. Das wäre jetzt das Längerfristige. Kurzfristig für alle, die das traden wollen, wir machen mal die Box hier weg, sehen wir selber, wir haben eine Bearish Divergence, wir haben keine schöne Bewegung. Die Ineffizienz wurde jetzt hier gefüllt. Auch kurzfristig diese Box, ein höheres Hoch ist uns auch verweilt geblieben. Das heißt, kurzfristig könnte es jetzt erst einmal nochmal deutlich tiefer gehen. Was bedeutet deutlich tiefer? FIP ziehen wäre die erste Anlaufstelle hier bei 0, 10, 41. Wäre die erste Anlaufstelle für nochmal eine kleine Recovery mit einem möglichen Doppeltop, bevor dann hier wirklich dieser Abverkauf dann nach unten hinkommt. Also kurzfristig bin ich jetzt auch nicht mehr mega bullish. Volumentechnisch, klar kam nochmal dieser Impuls, der wurde aber mit dieser kleinen Kändel dann schon komplett abgelöst. Das heißt, die Chance, dass wir jetzt hier eine Trendwende nach unten hin sehen, außer Bitcoin kommt jetzt hier noch Richtung 37.000, 38.000 US-Dollar, ist deutlich höher. Also ansonsten geht Bitcoin Richtung die 27, 37 bis 40. Dann werden wir hier wahrscheinlich auch das höhere Hoch erreichen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo erreichen wir das. Weil dann können wir unser FIP-Level von unserem letzten Tief zu unserem Hoch. Jetzt mal grob, wir gehen auf 0,12. Und dann sollte hier dieser Bereich nochmal getestet werden mit einem höheren Tief. Und dann die nachhaltige Trendwende. Also das ist jetzt erstmal die Algo-Analyse, ist jetzt nicht wirklich mit riesen Kaufzonen versehen. Also ihr habt momentan einen besseren Entry als ich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir eben hier oben relativ viel akkumuliert haben. Aber gut, ist halt jetzt so, nicht jeder Altcoin. Und das ist immer, muss man auch dazu sagen, Altcoins bieten extremes Risiko, bieten aber auch extreme Gewinne. Ihr habt es gesehen, 16 bis 26x, was hier möglich sind. Und warten wir jetzt mal ab, ob das wirklich so kommt. Aber Chancenrisiko sieht hier nicht wirklich schlecht bei Algorand auf jeden Fall aus. So, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder. Und ja, lasst euch nicht gruseln da draußen heute an Halloween. Stimmt, das ist ja auch noch. Aber gut, warten wir mal ab. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.